Abschnitt 14 von Der Spieler von Fyodor Dostoevsky Übersetzt von August Scholz Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Was soll ich von Paris erzählen? Mein Aufenthalt da selbst war der Gipfel fantastischer Narheit. Ich brachte im Ganzen nur etwas über drei Wochen in Paris zu und wurde während dieser Zeit mit meinen 100.000 Francs vollständig fertig. Ich spreche nur von 100.000 Francs. Die zweiten 100.000 hatte ich in barem Gelde Mademoiselle Blanche übergeben. Die eine Hälfte hatte sie in Frankfurt und die andere Hälfte drei Tage später in Paris in Gestalt eines Wechsels über 50.000 Francs bekommen, den sie indessen schon acht Tage später gegen bares Geld eintauschte. Die übrigen 100.000, die uns noch bleiben, sagte sie damals, wollen wir zusammen verzehren, mein süßer Uchitel. Sie gab mir gar zu gern diesen Titel, der sie sehr zu belustigen schien. Man kann sich schwerlich ein abgefeimteres, habsüchtigeres, geizigeres Geschöpf vorstellen als diese Mademoiselle Blanche. Natürlich nur hinsichtlich ihres eigenen Geldes, denn meine 100.000 Francs warf sie mit vollen Händen auf die Straße. Sie gestand mir später ganz offen, dass sie dieses Geld für ihre erste Einrichtung in Paris bestimmt habe. Sie müsse endlich etwas für ihre Existenz tun und auf anständigem Fuße zu leben beginnen. Ich habe während dieser drei Wochen in meinem Beutel niemals mehr als 100 Francs gesehen. Das übrige hielt sie, wie sie zu meiner Beruhigung erklärte, unter sicherem Verschluss. Wozu brauchst du denn Geld? fragte sie bisweilen mit der harmlosesten Miene und ich hielt es nicht für notwendig, ihr zu widersprechen. Sie richtete sich schnell ein neues, elegantes Quartier ein. Als sie mir dasselbe zeigte, sagte sie ganz unschuldig, da siehst du, was man mit Sparsamkeit und Berechnung auch bei den beschränktesten Mitteln fertigbringen kann. Sie schaffte sich ferner eine Ekipage mit zwei Pferden an. Dann gaben wir auch in unserer neuen Wohnung zwei Bälle, bei denen auch Hortense, Lisette und Cleopatra erschienen, höchst interessante, bemerkenswerte und dabei nicht einmal hässliche Damen. Mir fiel bei diesen Bällen die äußerst lächerliche Rolle des Gastgebers zu. Ich hatte als solche allerhand gesellschaftlichen Abhub zu begrüßen und zu unterhalten. Ungebildete dickwanstige Parvenus aus dem Kaufmannsstande, unwissende und schamlose junge Militärs, die in jeder anderen Gesellschaft unmöglich waren und klägliche Karikaturen von Schriftstellern und Journalisten, die in modischen Fracks und strohgelben Handschuhen erschienen und durch ihre Eitelkeit und Wichtigtuerei sogar unsere Petersburger Autoren übertrafen, was gewiss recht viel sagen will. Sie fanden ein Vergnügen daran, sich über mich lustig zu machen, doch entzog ich mich gewöhnlich ihren rohen Späßen, indem ich mich in die Hinterzimmer zurückzog und dort bei einer Flasche Champagner in träger Beschaulichkeit über mein Schicksal nachdachte, das mir von Tag zu Tag immer wieder wertiger und unerträglicher wurde. Unterdessen scherzte Blanche mit ihren Gästen über mich. Das ist ein Uchitel, meine Herren. Er hat 200.000 Fr. gewonnen und hätte ohne meinen Rat wirklich nicht gewusst, wie er sie durchbringen soll. Wenn wir fertig sind, wird er wieder Hauslehrer werden. Weiß nicht jemand von Ihnen eine Stelle für ihn? Man muss für den armen Jungen etwas tun. Zum Champagner nahm ich ziemlich oft meine Zuflucht, um meine Schwermut und Langeweile zu verscheuchen. Was Blanches Gefühl gegen mich anlangt, so kann ich sagen, dass sie mich in den ersten zwei Wochen unseres Beisammenseins eher verachtete als liebte, wobei sie indessen streng darauf hielt, dass ich mich nach der neuesten Stutzermode kleidete und mir sogar höchst eigenhändig die Krawatte knüpfte. Ich machte mir offengestanden sehr wenig daraus. In düsterer, trostloser Stimmung ging ich fast jeden Abend nach dem Chateau de Fleur, wo ich mich volltrank und Concord tanzen lernte, der übrigens dort sehr schlecht getanzt wurde. Blanche hatte in mir jedenfalls etwas ganz anderes erwartet, als sie schließlich vorfand. Sie hatte sich darauf gefasst gemacht, dass ich beständig mit Bleistift und Notizbuch hinter ihr herlaufen und ihr alles, was sie verausgabt und was sie mir offen oder heimlich gestohlen hatte, nachrechnen würde. Sie hatte von vornherein die Überzeugung, dass es um jedes Zehnfranstück zwischen uns einen hitzigen Streit geben würde. Sie hatte sich auf alle nur möglichen Angriffe von meiner Seite vorbereitet und war nun höchst erstaunt, als sie gar keinen Angriffen begegnete. Anfangs wusste sie nicht, was sie mit meiner Ruhe und Gleichgültigkeit beginnen sollte und ging darum selbst zum Angriff über. Da ich mich jedoch auch dann noch passiv verhielt und schweigend von meiner Kursöse aus die Decke anstarrte, kam sie auf die Vermutung, dass ich einfach ein Dummkopf sei und dass es sich nicht lohne, mit mir zu reden, da ich doch für ihre Auseinandersetzungen kein Verständnis besitze. Dennoch vermochte sie sich nicht zu beruhigen und kam bisweilen nach zehn Minuten wieder, um die abgebrochene Unterhaltung von Neuem aufzunehmen und meinen Gedanken auf den Grund zu kommen. Sie konnte nicht begreifen, wie ich mich gegen ihre Verschwendungssucht so absolut gleichgiltig verhalten konnte. So hatte sie einmal ein paar neue Pferde für 16.000 Fr. gekauft. Du bist mir also nicht böse, mein Bibi? fragte sie, indem sie schmeichelnd an mich herantrat. Nein doch, geh, du langweilst mich, antwortete ich, indem ich sie mit der Hand abwehrte. Sie wurde nun erst recht neugierig und setzte sich neben mich. Siehst du, wenn ich mich dazu entschlossen habe, so viel zu bezahlen, so tat ich es darum, weil es ein Gelegenheitskauf war. Vielleicht findet sich ein Käufer, der 20.000 Fr. für sie gibt. Schon gut, ich glaube dir es ja. Das sind ein paar prächtige Pferde und du hast jetzt wirklich ein reizendes Gefährt. Nun, aber jetzt lass mich in Ruhe. Du bist also nicht böse? Worüber denn? Du tust recht daran, dass du dir das Notwendigste anschaffst, wenn du dich in deinen Kreisen behaupten und es auf einmal zur Million bringen willst. Unsere 100.000 Fr. haben da wenig zu bedeuten. Sie sind nur ein Tropfen im Meere. Blanche hatte alles andere erwartet, nur nicht eine solche Bemerkung. Sie war wie aus allen Wolken gefallen. Dann bist du... Dann bist du also so? Du kannst also wirklich begreifen, was man mit dir spricht? Aber dann bist du ja wert, als Prinz geboren zu sein, mein Junge, wenn du auch nur ein Utitel bist. Du fühlst also kein Bedauern darüber, dass unser Geld so rasch zu Ende geht? Zum Henker damit. Nur so rasch als möglich. Aber sag doch einmal. Höre doch. Bist du dann reich? Du schätzt das Geld doch etwas zu gering. Was wirst du dann anfangen? Dann? Dann werde ich nach Homburg fahren und noch einmal 100.000 Gulden gewinnen. Ach ja, das ist recht. Ausgezeichnet. Und ich bin fest davon überzeugt, dass du sie gewinnen und hierher bringen wirst. Ich glaube wahrhaftig, du wirst es noch durchsetzen, dass ich dich lieb gewinne. Wenn du so bist, dann kann man dich wirklich lieben. Und ich will dir von jetzt an gar nicht mehr untreu werden. Übrigens war ich dir auch bisher immer treu, obwohl ich dich für nichts weiterhielt als für ein Uchitel. Was ist denn das eigentlich, ein Uchitel? Eine Adler-Kai, nicht wahr? Ach ja, mein Lieber, ich bin dir wirklich treu gewesen. Lüge doch nicht. Ich habe ja selbst gesehen, wie es zwischen dir und jenem brünetten Offizier, dem Albert, steht. Oh, du bist im Irrtum. Was hast du denn gesehen? Nun lassen wir das. Ich weiß, dass du lügst. Glaubst du etwa, dass ich mich deshalb ärgere? Hol euch der Teufel. Jugend muss austoben. Du kannst ihm doch nicht den Abschied geben, wenn du ihn vor mir kanntest und ihn liebst. Nur Geld darfst du ihm nicht geben. Hörst du? Dann bist du also auch deshalb nicht böse? Aber du bist ja ein wahrer Philosoph. Weißt du das? Ein wahrer Philosoph, rief sie ganz begeistert. Oh, nun werde ich dich lieben. Ja, ich will dich lieben. Wirst sehen. Du sollst zufrieden sein. In der Tat wurde sie von nun an sehr anhänglich. Es entstand sogar eine Art Freundschaft zwischen uns. Und so vergingen die letzten Tage unseres Zusammenseins ganz leidlich. Von den Sternen, die sie mir versprochen hatte, bekam ich allerdings nichts zu sehen. In einigen Punkten jedoch hielt sie wirklich Wort. In dieser Zeit machte ich auch intimere Bekanntschaft mit Hortense, die in unserem Kreise nur die Philosophin Therese hieß und wirklich ein ungewöhnlich geistreiches Mädchen war. Doch wozu soll ich das alles erzählen? Der Monat ging zu Ende und von meinen 100.000 Fr. war nur noch ein geringer Rest vorhanden. Allerdings hatte Blanche mindestens 80.000 Fr. zu allerhand Anschaffungen verwendet. Blanche war im Grunde genommen noch ziemlich glimpflich mit mir umgegangen. Wenigstens bemühte sie sich, mich davon zu überzeugen. Du kannst dich gar nicht beklagen, sagte sie. Eine andere hätte auf deine Kosten noch Schulden gemacht, dich Wechsel unterschreiben lassen und dich zuletzt ins Gefängnis gebracht. So hinterlässt du wenigstens keine Schulden, wenn du von hier fortgehst. Ich bin dir eben gut, deshalb schone ich dich. Dass ich einiges für mich verwendet habe, kannst du mir nicht übel nehmen. Bedenke nur, was mich allein diese Hochzeit kosten wird. Es wurde in der Tat in den letzten Tagen meines Pariser Aufenthalts eine Hochzeit bei uns gefeiert, die den Rest meines Kapitals verschlang und mir, da Blanche nun anderweitig gebunden war, ohne weiteres den Abschied verschaffte. Die Sache trug sich folgendermaßen zu. Etwa acht Tage nach unserer Ankunft in Paris tauchte plötzlich der General bei uns auf. Er war geradenwegs zu Blanche gekommen und richtete sich bei uns sogleich ganz häuslich ein, obwohl er irgendwo in der Stadt ein eigenes kleines Quartier hatte. Blanche hieß ihn freudig willkommen, nahm ihn mit Jubel und Lachen auf und fiel ihm sogar in die Arme. Sie ließ ihn fortan gar nicht mehr von ihrer Seite und erschien überall auf den Boulevards, bei Ausflügen, im Theater und bei Besuchen in seiner Gesellschaft. Sie hatte auf den ersten Blick erkannt, dass dieser russische Würdenträger sich noch ganz vortrefflich als Dekorationsstück in den Kreisen ihrer Bekanntschaft verwenden lassen würde. Der General machte immer noch einen stattlichen, repräsentablen Eindruck. Er war von ziemlich hohem Wuchse, hatte einen prächtigen, sorgfältig gefärbten Backenbart und Schnurrbart und ein nicht unschönes, wenn auch etwas aufgedunsenes Gesicht. Man merkte ihm immer noch etwas von dem früheren Couracier an. Dabei waren seine Manieren elegant, auch den Frack wusste er mit Schick zu tragen und zum Überfluss legte er in Paris seine sämtlichen Orden an. Mit einem solchen Begleiter durfte man sich schon auf den Boulevards zeigen, es machte Aufsehen und hob das Renommee. Der einfältige, gute General war ganz glücklich über die Rolle, die ihm zugewiesen wurde. Er hatte, als er die Reise nach Paris unternahm, nicht einmal darauf gerechnet. Er hatte gefürchtet, dass Blanche wütend auf ihn losfahren und zur Tür hinauswerfen lassen würde. Umso größer war nun seine Freude und sein Entzücken. Er war beständig, in einem Zustande begeisterter Ekstase und in diesem Zustande verließ ich ihn auch bei meiner Abreise. Erst später erfuhr ich, was seiner Fahrt nach Paris vorhergegangen war. Als er von Blanches plötzlichem Verschwinden hörte, fiel er bewusstlos hin und lag darauf eine ganze Woche in heftigem Fieber danieder. Er wurde in ärztliche Pflege genommen, plötzlich jedoch machte er sich auf und dampfte, ohne dass irgendjemand etwas wusste, hinter uns her. Der Empfang, welchen ihm Blanche bereitete, war natürlich das beste Heilmittel für seine Krankheit. Doch blieben noch ziemlich deutliche Spuren an ihm zurück, welche klar bewiesen, wie heftig sein Nervensystem durch den jähren Schrecken gelitten hatte. Er war beispielsweise gar nicht mehr imstande, ein ernsthaftes Gespräch zu führen und begnügte sich in der Regel mit einem Kopfnicken oder einem stumpfsinnigen als Entgegnung. Häufig bemerkte ich an ihm ein krankhaft nervöses Lachen, das ich früher nie an ihm gesehen hatte. Ein andermal saß er wieder stundenlang, finster wie die Nacht, die dichten Brauen krampfhaft zusammengezogen in einem Winkel. Auch sein Gedächtnis hatte gelitten. Er war ungewöhnlich zerstreut und nahm die Gewohnheit an, zu sich selbst zu sprechen. Nur Blanche war ihm stande, die Lebensgeister in ihm zu wecken, und wenn er so einsam in seinem dumpfen Brüten verharrte, so war das jedenfalls nur ein Zeichen, dass er Blanche schon lange nicht mehr gesehen hatte oder dass Blanche ihn nicht mitgenommen hatte oder dass Blanche fortgefahren war, ohne ihm die Backen zu streicheln. Dabei wagte er auch nicht, mit einem Worte sich zu beklagen oder seinen Kummer irgendjemand auszuschütten. Ja, ich glaube, dass er sich seiner trübseligen Stimmung nicht einmal bewusst war. Ein- oder zweimal, als Blanche einen ganzen Tag abwesend war und sich vermutlich mit ihrem Albert amüsierte, konnte ich beobachten, wie er plötzlich aus seinem Hinbrüten erwachte und sich besorgt rings im Kreise umschaute, als ob er irgendetwas suchte oder sich an irgendetwas erinnern wollte. Dann, als er niemanden sah und ihm auch nichts einfiel, sank er wieder auf seinem Stuhle zusammen und starrte wie bisher gedankenlos vor sich hin, bis endlich Blanche erschien und ihn mit ihrem heiteren, frischen Wesen und ihrem hellen Lachen gleichsam elektrisierte. Sie hüpfte um ihn herum, begann ihn am Bate zu zupfen und spielte mit ihm wie mit einem Kinde. Bisweilen, wenn auch nur selten, küsste sie ihn sogar. Der General strahlte dann über das ganze Gesicht und konnte sich an ihr nicht satt sehen. Einmal brach er sogar zu meinem nicht geringen Erstaunen in helle Freudentränen aus. Blanche hatte sich uns anderen gegenüber von vornherein zur Beschützerin des Generals aufgeworfen, namentlich vor mir verteidigte sie ihn sehr lebhaft, obwohl ich gar nicht daran dachte, ihm auch nur das Geringste zu Leide zu tun. Sie wurde sogar pathetisch, machte sich Vorwürfe darüber, dass sie an ihm Verrat geübt, ihn um meinetwillen geopfert habe. Sie sei bereits so gut wie seine Braut gewesen. Er habe schon ihr Ja-Wort besessen und um ihretwillen seine Familie im Stiche gelassen. Übrigens sei ich doch bei ihm in Stellung gewesen, dürfte die Rücksicht gegen ihn nicht vergessen und sollte mich schämen und so weiter und so weiter. Ich schwieg natürlich oder lachte über die Herzensergüsse des guten Mädchens, denn Blanche war wirklich in ihrer Art ein gutes Geschöpf. Im Übrigen sträubte ich mich durchaus nicht, wenn sie mich zuweilen mit dem General spazieren schickte, wie man etwa einen Lakaien mit seinem Windhunde spazieren schickt. Ich führte ihn ins Theater, in die Restaurants, nach dem Balmabil. Blanche bezahlte alles, was wir bei unseren Ausgängen brauchten, obwohl der General auch selbst eigenes Geld besaß und sogar mit Vorliebe sein Portefeuil hervorzog, um den Leuten zu imponieren. Eines Tages musste ich sogar Gewalt anwenden, um ihn davon zurückzuhalten, dass er im Palais Royal eine Brosche für 700 Francs als Geschenk für Blanche kaufte. Was war für Blanche eine Brosche für 700 Francs? Er besaß im Ganzen höchstens 1000 Francs. Woher er sie hatte, konnte ich niemals erfahren, doch vermute ich, dass sie von Mr. Astley stammten, der auch die Hotelrechnung unserer Herrschaften bezahlt hatte. Was mich selbst anlangt, so hatte der General die ganze Zeit hindurch kaum eine Vermutung über meine eigentlichen Beziehungen zu Blanche. Er hatte zwar von meinem Gewinn gehört, doch konnte er sich nicht vorstellen, dass ich bei Blanche etwas anderes als die Stellung eines Privatsekretärs oder vielleicht gar eines Bedienten bekleidete. Er behandelte mich nach wie vor von oben herab, sprach mit mir immer nur im Tone eines Vorgesetzten und ließ sich sogar nicht nehmen, mir bisweilen gehörig den Kopf zu waschen. Eines Tages, als wir zusammen beim Morgenkaffee saßen, betrug er sich so possierlich, dass sowohl Blanche wie ich nicht umhin konnten, ganz laut über ihn zu lachen. Er war sonst nicht gerade übelnehmerisch, diesmal aber fühlte er sich aus irgendeinem Grunde durch mich tief beleidigt und begann mich ganz erschrecklich auszuschelten, und nannte mich einen dummen Jungen und drohte, dass er mich schon lehren würde, dass er mir es heimzahlen würde und so weiter. Blanche lachte dabei in einem Fort, zuletzt aber redete er sich so sehr in seinen Zorn hinein, dass wir ihn nur mit Mühe beruhigen und zu einem gemeinsamen Spaziergang bewegen konnten. Es kam jedoch auch vor, dass er ein wenig gnädiger mit mir verfuhr, von der guten alten Zeit, von seiner verstorbenen Frau, seinem Gute und anderen Dingen zu reden begann. Er verfiel dann bisweilen auf ein einzelnes Wort, das ihm im Gedächtnis haften blieb und das er nun mit sichtlichem Behagen hundertmal am Tage ohne jeden Sinn und Zusammenhang wiederholte. Nicht gern hörte er es indessen, wenn ich auf seine Kinder zu sprechen kam. Er sagte dann in der Regel nichts weiter als Ach ja, die Kinder, die Kinder und suchte so rasch als möglich, dem Gespräche eine andere Wendung zu geben. Nur ein einziges Mal wurde er bei dem Gedanken an seine Kinder weich. Wir gingen gerade ins Theater, als er selbst von ihnen zu reden begann und plötzlich in schmerzlichem Tone ausrief Oh, diese Unglücklichen! Unglücklichen Kinder! Und noch mehrmals an diesem Abend wiederholte er Ach, die unglücklichen Kinder! Als ich einmal von Paulina begann, geriet er förmlich in Wut. Dieses abscheuliche Geschöpf! rief er aus. Sie ist boshaft und undankbar. Sie hat ihre Familie mit Schande bedeckt. Wenn es Gesetze gäbe, ich würde sie schon ins Boxhorn jagen. Jawohl, mein Herr! Was de Grier anlangt, so konnte er nicht einmal seinen Namen hören. Das ist ein Schurke, sagte er. Er hat mich zugrunde gerichtet, mich bestohlen, mir das Messer an die Kehle gesetzt. Zwei Jahre lang war er mein Quälgeist. Ich träumte von ihm in der Nacht wie von einem Gespenste. Das ist, das ist, oh, sprechen Sie niemals von diesem Menschen. Ich sah wohl, dass zwischen Blanche und dem General irgendetwas im Gange war, doch schwieg ich natürlich aus Zartgefühl. Endlich, es war eine Woche vor meiner Abreise, enthüllte mir Blanche aus eigenem Antriebe das Geheimnis. Er hat gute Aussichten, sagte sie. Die Babu Linka ist jetzt wirklich krank und wird ganz gewiss sterben. Mr. Ersley hat uns davon benachrichtigt. Sicher wird sie ihm etwas hinterlassen und wenn es auch nicht der Fall ist, so kann er mir immer noch zustatten kommen. Er hat ja seine Pension und wird glücklich sein, wenn ich ihm auch nur ein Kämmerchen einräume. Dafür werde ich Madame la General sein. Die besten Gesellschaftskreise werden sich mir öffnen. Ich werde vielleicht russische Gutsbesitzerin, werde ein Schloss haben und Muschiks und zu alledem eine eigene Million. Wie aber, wenn er eifersüchtig wird, wenn er einfältig genug ist, die Rechte des Gatten in Anspruch zu nehmen? Oh, nicht doch, nicht doch. Wie sollte er das wagen? Überdies habe ich bereits meine Maßregeln getroffen. Ich habe ihn veranlasst, ein paar Wechsel auf Alberts Namen zu fälschen. Sobald er nur muckt, bringe ich ihn einfach ins Gefängnis. Die Hochzeit fand in aller Stille ohne besondere Feierlichkeit statt. Außer mir und Albert waren nur noch einige Bekannte zugegen. Hortense, Cleopatre und die übrigen Freundinnen wurden absichtlich nicht eingeladen. Der Bräutigam war von seinen neuen Pflichten sehr in Anspruch genommen und schien recht glücklich. Blanche knüpfte ihm eigenhändig die Krawatte und rieb ihm selbst das Haar mit Pomale ein. In seinem Frack und von der weißen Weste sah er sehr vornehm aus. Er ist doch comme il faut, sagte Blanche zu mir, als sie aus seinem Zimmer kam, als ob ihr eben erst diese Erkenntnis gekommen wäre. Die Einzelheiten des Tages sind mir nicht mehr recht im Gedächtnis. Ich weiß nur, dass ich damals zum ersten Male Blanches wirklichen Namen erfuhr. Sie hieß Duplassé und nicht de Commerge, wie sie sich bisher genannt hatte. Auch ihre Mutter hieß nicht de Commerge. Ich weiß bis heute nicht, aus welchem Grunde sie eigentlich diesen Namen gewählt hatten. Dieser Namenstausch war dem General durchaus nicht unangenehm. Im Gegenteil gefiel ihm Duplassé sogar noch besser als de Commerge. Kurz bevor wir zur Trauung fuhren, ging er, bereits ganz festlich gekleidet, im Salon auf und ab und wiederholte beständig mit ungewöhnlich ernster Miene für sich die Worte Mademoiselle Blanche Duplassé, Blanche Duplassé, Duplassé, Jungfrau Bianca von Blassé und eine gewisse, selbstgefällige Zufriedenheit spielte sich in seinem Gesichte ab. In der Kirche, beim Meer und zu Hause beim Frühstück war er in freudiger, glücklicher, ja sogar stolzer Stimmung. Auch Blanche sah mit ungewöhnlicher Würde drein. Sie waren mit einem Worte beide wie verwandelt. Ich muss mich natürlich jetzt ganz anders halten, sagte sie zu mir mit ungewöhnlichem Ernste. Aber denke nur, wie es mir geht, ich habe es bis zur Stunde noch nicht fertig gebracht, meinen neuen Namen zu behalten. Zagoyanski. Zagosjanski, Frau Generalin von Zago, Zago, der Teufel hole diese russischen Namen. Nun, sagen wir einfach Frau Generalin mit 14 Konsonanten. Eine recht angenehme Sache, nicht wahr? Endlich trennten wir uns und Blanche, diese gute, herzige Blanche, vergoß sogar Tränen beim Abschied. Du bist ein guter Junge, sagte sie schluchzend. Ich glaubte, du wärest dumm. Du siehst auch wirklich so aus, aber es ist durchaus nicht der Fall. Schon hatte sie mir zum letzten und aberletzten Male die Hand gedrückt, als sie mich noch einmal zurückhielt. Werte, rief sie plötzlich, stürzte in ihr Boudoir und brachte mir in der nächsten Minute 2000 Francs Billets heraus. Ich hätte das niemals für möglich gehalten. Dann nimm, sie werden dir vielleicht zustatten kommen. Du magst ein sehr gelehrter Ucitel sein, als Mensch jedoch bist du ein klein wenig unerfahren. Mehr gebe ich dir nicht, du würdest doch alles verspielen. Nun lebe wohl, wir wollen ewig gute Freunde bleiben und wenn du wieder gewinnst, dann komme nur zu mir. Du wirst glücklich sein. Ich besaß außer den beiden 1000 Francs Billets noch 500 Francs. Ferner hatte ich eine prächtige goldene Uhr im Werte von 1000 Francs, goldene Hemdknöpfe mit Brillanten und so weiter, sodass ich immerhin noch einige Zeit sorglos leben konnte. Ich fuhr von Paris direkt nach Homburg, unterbrach jedoch auf einer Zwischenstation am Rhein meine Fahrt, da ich sichere Nachricht hatte, dass Mr. Erstle dieselbe passieren und sich einen Tag am Orte aufhalten würde. Es gibt so vieles, was ich von ihm erfahren möchte. Dann gehe ich direkt nach Homburg. In Roulettenburg will ich es diesmal nicht mehr versuchen, vielleicht im nächsten Jahre. Man sagt, es sei nicht gut, wenn man sein Glück zweimal hintereinander an demselben Spieltische versucht. Außerdem ist Homburg doch eigentlich der Sitz des wirklichen, echten Spieles. Ende von 14. Abschnitt Abschnitt 15 von Der Spieler von Fyodor Dostoevsky Übersetzt von August Scholz Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Nahezu zwei Jahre sind bereits vergangen, seit ich keinen Blick mehr in diese Tagebuchblätter geworfen habe. So elend und unglücklich musste ich werden, ehe ich auf den Gedanken kam, sie wieder hervorzuziehen und einige Zerstreuung in ihrer Lektüre zu suchen. Da bin ich nun bis zur letzten Seite gelangt und es drängt mich unwillkürlich, die Feder nochmals anzusetzen und zu dieser Tragikomödie menschlicher Verirrung den Schluss zu schreiben. Ein recht erbärmlicher, kläglicher Schluss. Ich war dabei stehen geblieben, dass ich nach Homburg fahren wollte. Oh Gott, mit welchem Selbstvertrauen, mit welchen unerschütterlichen Hoffnungen habe ich diese Worte niedergeschrieben. Hatte ich wohl damals auch nur den geringsten Zweifel an meinem Erfolge? Und nun sind mehr als anderthalb Jahre vergangen und ich bin so schlimm daran wie der geringste Bettler. Doch nein, weit schlimmer als der Bettler. Ich bin ein moralischer Lump und habe noch dazu das Bewusstsein, dass ich allein, ganz allein mich dazu gemacht habe. Doch was nützt jetzt alles Moralisieren und alle Selbstvorwürfe? Wie viele Sittenpredigten musste ich nicht während dieser Zeit aus fremdem Munde anhören? Und was hätten mir alle diese salbungsvollen Moralisten wohl sagen können, dass ich nicht selbst in meinem Innern weit klarer und deutlicher empfunden hätte? Was konnten sie mir wohl sagen, dass ich mir selber nicht schon oft genug gesagt hätte? Und doch würden diese Heuchler, wenn sich morgen das Rad ein paar Mal zu meinen Gunsten drehte und ich wieder einmal hunderttausend Rubel gewinne, für wahr, sie würden die Ersten sein, die mit freundschaftlichen Lächeln auf mich zutreten, mich beglückwünschen und ihre Bücklinge vor mir machen würden. Und wer weiß, ob nicht schon morgen der Zufall das Wollen und diese wohlgenährten Pächter der Moral beschämen wird. Ich war damals in der Tat nach Homburg gereist. Ich war auch noch weiter gereist, nach Roulettenburg, nach Spa und selbst nach Baden-Baden, wo ich als Kammerdiener des Staatsrats Hinze fungierte. Oh ja, auch Lakai bin ich gewesen, und zwar ganze fünf Monate. Es war das sogleich nach meiner Entlassung aus dem Gefängnis, mit dem ich in Roulettenburg wegen einer Schuld von 200 Talern Bekanntschaft machte. Diese 200 Taler waren von einem unbekannten Wohltäter für mich bezahlt worden, so dass ich wieder in Freiheit gesetzt wurde. Wer mag nur dieser Wohltäter gewesen sein? Mr. Astley? Oder Polina? Ich habe es bis heute nicht erfahren können. Ich hatte keinen Heller in der Tasche und war froh, bei diesem Hinze einem leichtfertigen, noch jungen Lebemanne ein Unterkommen zu finden. Ich war anfangs eine Art Privatsekretär bei ihm und erhielt ein monatliches Gehalt von 30 Gulden. Bald jedoch stellte sich heraus, dass seine Mittel ihm den Luxus eines Privatsekretärs nicht erlaubten. Meine Stellung verschlechterte sich infolgedessen, ich erhielt ein geringeres Gehalt und sank allmählich, dass ich mir nichts anderes bieten wollte, vollständig zum Bedienten herab. Trotzdem gelang es mir, in fünf Monaten 70 Gulden von meinem Gehalt zurückzulegen. Kaum hatte ich dieselben beisammen, als ich sogleich Herrn Hinze den Dienst kündigte und noch am selben Abend an die Roulette ging. Oh, wie mir damals das Herz klopfte! Nicht um das Geld war es mir zu tun. Ich wollte mich vor allem sittlich rehabilitieren, wollte alle diese Hinzes, diese Oberkel, alle diese geputzten und geschminkten Damen von Roulettenburg zwingen, von mir zu sprechen, meine Geschichte zu erzählen, mich zu beglückwünschen, zu bewundern und sich vor meinen neuen Gewinn zu verbeugen. Das waren natürlich alles nur kindische Träume, Fantasien, indessen, wer weiß, vielleicht führt mich mein günstiger Stern auch wieder mit Polina zusammen und dann wollte ich ihr alles erzählen und ihr beweisen, dass ich mein Schicksal noch nicht so ganz aus der Hand gegeben, mich noch nicht gänzlich dem Dämon des Spiels verkauft habe. Aber nur flüchtig tauchte damals der Gedanke an Polina in meiner Seele auf. Der Dämon hatte schon allzu sehr die Herrschaft über mich gewonnen und ich fühlte, dass, wenn ich wiederum hunderttausend Gulden gewinne, ich zum zweiten Male nach Paris reisen würde, um sie mit irgendeiner Blanche oder Selma durchzubringen, in einer eigenen Equipage mit Pferden für sechzehntausend Fr. zu fahren und nach drei Wochen ebenso wie damals ein Bettlergeschenk von zweitausend Fr. aus den Händen meiner Herzensdame zu empfangen. Ich wusste, dass es so kommen würde und dennoch ging ich zitternd vor Erwartung und mit pochendem Herzen in den Spielsaal und wie Sphärenmusik klangen mir schon von Weitem die Rufe des Kruppiers. »Trente-un, ruche am Père et passe« oder »Catre-nois, Père et manque« Schon sah ich im Geiste die Louis-Dor, Friedrich-Dor und Thaler, wie sie aus den frisch erbrochenen Rollen auf den Tisch fallen und sich rings um das Rad aufschichten. Im Vorsaale bereits vernahm ich den Zauberklang des Goldes und ein krankhaftes Zittern überfiel mich. Oh, auch dieser Abend, da ich meine sauer erworbenen siebzig Gulden an den Spieltisch trug, auch er ist für mich bemerkenswert geblieben. Ich begann mit zehn Gulden und setzte wieder auf Pass, für das ich nun einmal eine besondere Vorliebe habe. Ich verlor. Es blieben mir nur noch sechzig Gulden in Silber. Ich überlegte eine Weile und zog es vor, auf Zero zu setzen. Ich setzte dreimal, jedes Mal fünf Gulden und beim dritten Satze kam Zero heraus. Ich war ganz außer Fassung vor Freude, als man mir hundert und fünfundsiebzig Gulden auszahlte. Als ich damals meine hunderttausend Gulden gewann, war ich nicht so glücklich. Ich setzte nun sofort hundert Gulden auf Rot und gewann, setzte wiederum die ganzen zweihundert auf Rot und gewann zum zweiten Male, setzte vierhundert auf Schwarz und gewann, dann achthundert auf Monk und gewann. Ich besaß nun im ganzen eintausend und siebenhundert Gulden, die ich in weniger als fünf Minuten gewonnen hatte. Ja, in solchen Momenten vergisst man alles, alles Elend und Missgeschick, das man erduldet hat. Ich hatte alles gewagt und der Erfolg hatte mir Recht gegeben. Der Traum eines halben Jahres war in Erfüllung gegangen. Ich war wieder ein Mensch geworden. Ich begab mich in ein Hotel, ließ mir ein Zimmer geben, verschloss es und begann, mein Geld zu zählen. Bis drei Uhr nachts saß ich da und zählte immer wieder diese siebzehnhundert Gulden. Als ich am Morgen erwachte, war ich kein Lakai mehr. Ich beschloss, sogleich nach Homburg zu fahren. Dort hatte ich weder den Lakain gespielt noch im Schuldturm gesessen. Eine halbe Stunde vor Abgang des Zuges lief ich noch einmal nach dem Spielsaale, um noch rasch zwei Sätze zu riskieren. Nur zwei Sätze, nicht mehr. Im Handumdrehen hatte ich 1500 Gulden verloren. Dennoch reiste ich ab, um in Homburg mein Glück zu versuchen und hier bin ich denn nun schon einen ganzen Monat. Bis jetzt haben sich die Hoffnungen, die ich auf Homburg gesetzt hatte, noch nicht erfüllt. Ich lebe in beständiger Aufregung, gehe täglich in die Spielsäle, mache jedes Mal ein paar geringe Einsätze und beobachte das Spiel. Tagelang kann ich so an der Roulette stehen und die Drehungen des Rades verfolgen, wobei ich immer irgendetwas erwarte, irgendein Ereignis, das meinem Schicksal mit einem Schlage eine neue Wendung gibt. Das Spiel beherrscht alle meine Gedanken und Gefühle, selbst im Schlafe lässt es mir keine Ruhe. Für alles andere in der Welt habe ich aufgehört zu existieren. Ich bin gleichsam erstarrt und in eine Art Lethargie versunken. Wie sehr dieser Zustand schon die Herrschaft über mich gewonnen hat, habe ich neulich bei meiner Begegnung mit Mr. Erstley recht deutlich gesehen. Wir hatten uns seit meiner Abreise nach Paris nicht mehr gesehen damals. Auf jener Eisenbahnstation hatte ich ihn nicht getroffen. Ganz unerwartet bin ich ihm nun hier in Homburg vor einigen Tagen begegnet. Ich kam soeben aus dem Spielsaale, wo ich einige Gulden verloren hatte und berechnete, dass ich gerade noch 50 Gulden besaß. Eine beträchtliche Summe für meine Verhältnisse, zumal ich meine Hotelrechnung erst vor drei Tagen beglichen hatte. Nur einmal brauchte mir das Glück Holz zu sein und ich war ein gemachter Mann. Ich konnte dann spielen und spielen, bis ich meine 100.000 Gulden zusammen hatte. Wie aber, wenn ich auch diese letzten 50 Gulden verliere. Dann muss ich wieder unter die Lakaien gehen, wenn sich nicht zufällig eine russische Familie findet, die einen Uchitel braucht. In solche Gedanken versunken schickte ich mich eben an, meinen gewöhnlichen Spaziergang durch den Park in die nahen Buchenwaldungen zu machen, die bereits jenseits der Grenze im benachbarten Fürstentum lagen. Ich liebte diese weiten, stundenlangen Spaziergänge, von denen ich gewöhnlich müde und hungrig in mein Hotel zurückkehrte. Ich war soeben in eine der Parkalleen eingebogen, als ich plötzlich auf einer Bank Mr. Astley erblickte. Auch er hatte mich gesehen und winkte mich zu sich heran. Hocherfreut über die unverhoffte Begegnung eilte ich auf ihn zu und setzte mich neben ihn. Doch wurde meine Freude sogleich herabgestimmt, als ich den kalten, ernsten Ausdruck seines Gesichtes bemerkte. Hier also findet man sie. Ich dachte mir ist doch gleich, dass ich ihnen begegnen würde, begann er in höflich kühlem Tone. Erzählen Sie mir nichts, ich weiß alles. Ihr ganzes Leben, das Sie während dieser anderthalb Jahre geführt haben, ist mir sehr genau bekannt. Ei, Sie haben also noch Interesse für Ihre alten Freunde? antwortete ich. Das macht Ihnen alle Ehre. Sagen Sie einmal, es fällt mir soeben ein, sind Sie es nicht gewesen, der mich aus dem Roulettenburger Gefängnis befreit hat, in das man mich wegen einer Schuld von zweihundert Talern eingesperrt hatte? Man sagte mir damals, dass ein Unbekannter diese Schuld für mich bezahlt habe. Nein, oh nein, ich habe sie nicht losgekauft, doch weiß ich, dass Sie im Schuldgefängnis gesessen haben. Dann wissen Sie auch, wer mich losgekauft hat? Oh nein, das weiß ich nicht. Hm, sonderbar, wer sollte es sonst gewesen sein? Jedenfalls doch irgendein Sonderling, irgendein eigentümlicher Kauz, ein Engländer oder dergleichen. Unseren Russen, die hierher kommen, liegt so etwas jedenfalls fern. Mr. Astley betrachtete mich nicht ohne einiges Erstaunen. Er hatte wohl erwartet, mich niedergeschlagen und traurig zu finden. Es freut mich wenigstens, dass Sie sich Ihre geistige Unabhängigkeit und sogar eine gewisse Heiterkeit des Gemüts bewahrt haben, bemerkte er mit feiner Ironie. Mit anderen Worten, Sie ärgern sich darüber, dass ich nicht ganz zerknirscht und gedemütigt bin, versetzte ich lachend. Er begriff nicht sogleich, was ich sagen wollte, endlich jedoch, als ihm klar war, lächelte er. Ihre Bemerkungen gefallen mir, sagte er. Ich erkenne an denselben meinen alten Freund Alexej Ivanovich, der so viel Verstand mit so viel Begeisterung und Zynismus vereinigte. Nur ein Russe kann zu gleicher Zeit so entgegengesetzte Eigenschaften besitzen. Sie haben Recht, der Mensch liebt es, selbst seinen besten Freund im Zustande der Erniedrigung zu sehen. Auf diese Erniedrigung gründet sich sogar in den meisten Fällen das, was man Freundschaft nennt, das ist eine alte Erfahrung. Diesmal jedoch können Sie versichert sein, dass ich mich wirklich darüber von Herzen freue, Sie so mutig zu sehen. Sagen Sie, haben Sie noch nicht daran gedacht, das Spiel wieder aufzugeben? Der Teufel mag es holen, sofort gebe ich es auf, wenn ich nur, wenn Sie dabei erst reich geworden sind, das dachte ich mir wohl. Sprechen Sie nicht weiter, ich weiß alles. Das wenn nur, ist Ihnen unwillkürlich entschlüpft, folglich war es aufrichtig gesprochen. Sagen Sie, beschäftigen Sie sich mit nichts weiter als mit dem Spiele? Nein, mit nichts weiter. Er unterwarf mich im Laufe der Unterhaltung einem förmlichen Examen und es zeigte sich, dass ich keine Ahnung davon hatte, was in der Welt vorging, dass ich während der ganzen Zeit fast gar keine Zeitungen gelesen und kein einziges Buch aufgeschlagen hatte. Sie sind verwildert, sagte Mr. Erskleim. Sie haben allem entsagt, Ihren Interessen und Pflichten, Ihren Plänen und Lebenszielen, Ihren Freunden, die Sie wirklich einmal besessen haben und sogar Ihren Erinnerungen. Für Sie gibt es nichts mehr im Leben als den Gewinn am Spieltisch. Sie hatten einst Augenblicke edler, lebensvoller Empfindungen, aber ich bin überzeugt, dass dieselben sogar aus Ihrem Gedächtnis schon entschwunden sind und dass Ihre jetzigen Gedanken und Vorstellungen sich ausschließlich auf Kunstausdrücke der Roulette beschränken, auf Père und Ampère, Rouge und Noir, Zwölf Mittlere und so weiter. Genug, Mr. Astley, rief ich ihm greizt ins Wort. Erinnern Sie mich nicht daran. Seien Sie überzeugt, dass ich durchaus nichts vergessen habe. Nur für kurze Zeit, bis ich endlich einmal mein Ziel erreicht haben werde, musste ich alles andere, selbst die Erinnerungen aus meiner Seele verbannen. Lassen Sie mich nur dieses Ziel erreichen, Sie werden sehen, dass ich wieder zu neuem Leben erwachen werde. Sie werden noch nach zehn Jahren hier sein, versetzte Mr. Astley. Wir wollen eine Wette eingehen, von heute in zehn Jahren. Zur gleichen Stunde wollen wir diese Wette hier auf derselben Bank zum Austrag bringen. Nun hören Sie endlich auf, unterbrach ich ihn. Ich will Ihnen sogleich einen Beweis geben, dass ich nicht alles vergessen habe. Sagen Sie, wo ist jetzt Miss Paulina? Wenn Sie mich damals nicht losgekauft haben, dann ist sie es sicherlich gewesen. Ich habe die ganze Zeit hindurch keine Nachricht von ihr gehabt. Ich glaube nicht, dass Miss Paulina sie losgekauft hat, entgegnete strengem Ausdruck. Sie befindet sich jetzt in der Schweiz. Ich bitte übrigens mich mit weiteren Fragen über Miss Paulina zu verschonen. Ach, dann hat sie ihrem edlen Herzen wohl auch schon eine Wunde geschlagen, fragte ich spöttisch. Sie befinden sich im Irrtum, sagte Mr. Astley in ernstem Tone. Miss Paulina ist ein treffliches Geschöpf, das Sie nicht zu würdigen wussten. Ich möchte Sie bitten, den Namen dieser Dame nicht mehr zu nennen, es widerspricht meinen Gefühle, ihn aus ihrem Munde zu hören. Wären Sie nur nicht böse, Mr. Astley. Ich will durchaus nicht ihre Herzens Geheimnisse erforschen. Ich möchte nur wissen, in welcher Lage sie sich äußerlich befindet und das ist doch in zwei Worten gesagt. Mr. Astley bekämpfte seinen Unwillen und gab Polina lange krank gewesen war und sich noch immer nicht ganz erholt hatte, dass sie in Astleys Familie Aufnahme gefunden habe und mit seiner Mutter und Schwester zusammen sei. Von der Großmutter, die vor einem halben Jahre gestorben war, hatte Polina 7000 Pfund Sterling geerbt. Der Rest des großen Vermögens, welche die Babo Linker hinterlassen hatte, war dem General und seinen Kindern zugefallen. Ersterer war gleichfalls vor kurzem in Paris an einem Herzschlag gestorben. Seine Frau Gemahlin, geborene Duplassé, hatte ihn bis zu seinem Tode sehr gut behandelt, versäumte aber dabei natürlich nicht, die ihm zugefallene Erbschaft auf ihren Namen eintragen zu lassen. Und der Crier, fragte ich, als Mr. Astle mit seinen Neuigkeiten zu Ende war, ist er jetzt nicht auch zufällig in der Schweiz? Nein, er ist nicht in der Schweiz, Ich weiß überhaupt nicht, wo er sich gegenwärtig befindet und ich bitte Sie, den Namen dieses Schurken nicht mehr auszusprechen. Weshalb nennen sie ihn einen Schurken? Miss Paulina ist jedenfalls im Grunde ihres Herzens anderer Meinung über ihn, wenn sie ihm auch in einem erregten Augenblicke denselben Titel gegeben hat. Er ist eben Franzose und Miss Paulina eine Russin. Was wollen Sie mit dieser Zusammenstellung Die Sache ist sehr einfach. Unsere romantisch angehauchten russischen Damen sind in ihrer Gutmütigkeit und Vertrauensseligkeit sehr leicht zu übertölpeln. Wir Russen erscheinen ihnen in unserer brutalen Offenheit und Ungeschlachtheit als richtige Bären, ihr verfeinerter Sinn strebt nach etwas Edlerem, Vollendeterem und so verfallen sie denn auf die Franzosen. Auch der Engländer ist nicht nach ihrem Geschmack. Glauben Sie mir es Mr. Erstle. Er ist ihnen zu ruhig, zu langweilig und seine Absonderlichkeiten fordern ihre Lachlust heraus. Der Franzose, namentlich der Pariser, ist ihr Fall. Das ist schick, vollendete Form, Eleganz und Witz vereinigt. Um die dahinter verborgene Herzensroheit und Gemeinheit zu erkennen, dazu reicht ihr Scharfsinn leider nicht aus. Irgendein ausgemergelter Décrier, der ihn mit einem gefälschten Marquie-Titel und mit seinen glatten Salonmanieren zu imponieren weiß, wird für sie im Handumdrehen zum Apollo von Belvedere. Was wollen wir beiden neben einem solchen Ideal bedeuten? Sie, ein englischer Zuckersieder, denn das sind sie doch, nicht wahr, Mr. Ersley? Und ich, ein elender Roulettspieler, der sogar zeitweise La Caille war. Nein, nein, da ist dieser französische Hochstapler und wucherer Décrier doch immer noch etwas Besseres. Wohl wird es Miss Paulina leidtun, dass er sich schließlich als Gauner entpuppt hat, aber Lossagen wird sie sich niemals von ihm, sie wird immer den Décrier ihrer Fantasie im Herzen tragen und sich ihr Idol von keiner Macht der Welt entreißen lassen. Mr. Ersley hatte meinen Ausfall schweigend angehört, ohne mich zu unterbrechen. An seiner Miene jedoch sah ich, dass er etwas ganz Besonderes als Entgegnung auf meine Worte in Bereitschaft hielt. Sie glauben doch selbst nicht, was sie soeben gesagt haben, antwortete er nach einer Weile mit leiser Stimme, während er mich ganz eigentümlich ansah. Wie, ich glaube das nicht, fiel ich rasch ein. Und der Spott und Hohn, den ich um dieses Franzosen Willen so lange von ihr ertragen musste? Sie haben Spott und Hohn von Miss Paulina ertragen? versetzte er mit bebender Stimme, indem er seine Erregung nur mit Mühe zu verhalten suchte. Aber sie sind es doch, den sie liebt? Sie allein, undankbarer, unglücklicher Mensch? In ihrem Auftrage bin ich hierher nach Homburg gekommen, um zu sehen, wie es ihnen geht, um mit ihnen zu reden und ihr dann alles wieder zu erzählen. Sie sind ihr einziger Gedanke, nur mit ihnen würde sie ihr verlorenes Lebensglück wiederfinden, wenn sie nicht ein Spieler wären. Ungläubig starrte ich Mr. Erstley an. Aus seinen Augen jedoch las ich, dass er die Wahrheit gesprochen hatte. Es war auf einmal, als ob sich etwas in meinen Innern löste. Ich füllte Tränen über meine Wangen rinnen zum ersten Male seit meiner Kindheit. Ja, unglücklicher, fuhr Mr. Erstley fort. Sie liebte sie und liebt sie noch immer, aber ich sehe, sie sind tot für Miss Paulina, denn sie wussten es, dass sie sie liebte und sie doch nicht zu ihr geeilt, sondern immer wieder dieser schnöden Leidenschaft erlegen, die alle edlen Keime in ihnen ersteckt hat. Und wenn ich ihnen jetzt sage, kommen sie mit mir, ich will ihnen zu einer neuen Existenz verhelfen, sie sollen glücklich werden an der Seite eines edlen Weibes, so würden sie doch zögern, würden sich erst hier ein Vermögen machen wollen und für immer da bleiben. So seid ihr nun alle, ihr Herren Russen, mit wenigen Ausnahmen. Ist nicht die Roulette, so ist es eine andere böse Leidenschaft, die euch zugrunde richtet. Alles soll bei euch wie auf der Roulette gehen. Was ernste, langsame Arbeit heißt, ist euch unbekannt. Ein Glück, dass euer Volk noch nicht von dieser Schwäche befallen ist. Bisher sind sie wenigstens ehrlich geblieben, sie haben es vorgezogen, lieber ein Lakai als ein Dieb zu werden. Nicht jeder Russe hätte so viel Charakterstärke gehabt, aber die Zukunft? Doch genug, leben sie wohl, sie brauchen natürlich Geld. Hier sind zehn Louis Dorr, verspielen sie dieselben, sie würden noch tausend verspielen. Leben sie wohl. Starr, mit gesenken Blicke hatte ich seine bitteren Worte angehört. Ich hätte aufspringen und ihn ins Gesicht schlagen mögen, aber es war, als ob eine geheime Macht mich gewaltsam niederhielte. Als ich aufsah, war Mr. Estley bereits verschwunden. Jetzt erst bemerkte ich die Goldstücke, die er mir in die Hand gedrückt hatte. Unwillkürlich fuhr mir's durch den Sinn, ob ich ihm nicht nacheilen und sie ihm vor die Füße werfen sollte. Aber meine Hand senkte sich mechanisch in die Tasche, in der sich meine 50 Gulden befanden. Ich hatte nun wieder 150 Gulden. Das war mein nächster Gedanke. Hatte er Recht oder nicht? Was mich betraf, mochte er wohl Recht haben, doch seine Worte über die Russen im Allgemeinen waren entschieden zu hart. Aber was ging mich eigentlich die Russen an? Nicht in Russland weilten meine Gedanken, sondern nun wo denn? In der Schweiz? Oder in Homburg? Sogleich noch heute oder morgen will ich abreisen. will ihr beweisen, dass noch nicht alles Menschliche in mir vernichtet ist, dass ich noch im Stande bin, zu neuem Leben zu erwachen. Ich brauchte nur, doch für heute ist zu spät, aber morgen, morgen, ich und bin doch schon manches Mal mit 15 Gulden hingegangen, wenn ich vorsichtig spiele, wenn ich, wenn ich, oh mein Gott, was für ein erbärmlicher, jämmerlicher Schwächling bin ich doch, verloren, für immer verloren, aber weshalb sollte ich nicht von neuem zum Leben erwachen? Nur ein einziges Mal brauche ich vorsichtig und geduldig zu sein und alles kann wieder gut werden. Nur eine Stunde Ausdauer und mein Schicksal ist mit einem Schlage verwandelt. Ausdauer und Selbstvertrauen das ist die Hauptsache. War es doch damals in Roulettenburg vor sieben Monaten weit schlimmer mit mir und dennoch habe ich an jedem Tage durch Ausdauer und Entschlossenheit einen glänzenden Erfolg errungen. Der Fall ist interessant genug um ihn hier zu erzählen. Ich hatte alles, alles verloren und verließ soeben den Spielsaal, als ich unvermutet in meiner Westentasche noch einen Gulden entdeckte. Ah, dachte ich, nun habe ich wenigstens ein Mittagessen. Aber kaum war ich etwa 100 Schritte weit entfernt, als ich mich plötzlich anders besann und kehrt machte. Zurück in den Spielsaal. Ich setzte meinen Gulden auf Monk. Und auf einmal überkam mich ein eigentümliches Gefühl. Ich sah mich verlassen von aller Welt, fern von den meinigen, von Freunden und Bekannten, allein im fremden Lande. Ich wusste nicht, was ich essen, wo ich mein Haupt niederlegen würde und trug meinen allerletzten Gulden zum Spieltische. Nicht länger als 20 Minuten blieb ich in dem Saale. Als ich denselben verließ, hatte ich 170 Gulden in der Tasche. Das ist ein Faktum. So viel kann bisweilen ein einziger Gulden bedeuten. Und was wäre geschehen, wenn ich damals den Mut verloren hätte und nicht in den Saal zurückgekehrt wäre? Morgen. Morgen soll sich mein Schicksal entscheiden. Ende von Der Spieler von Fjodor Dostoyevsky Übersetzt von August Scholz Aufgenommen von Welfen Elfe Dostoyevsky 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 Vielen Dank.